Beim Nachdenken drüber, wen ich eigentlich fragen könnte, um über Karl Liebknecht ins Gespräch zu kommen, bist du mir eingefallen, nämlich weil du ein Buch geschrieben hast, ein Buch mit dem Titel Streifzüge durch das rote 20. Jahrhundert, das ist ja ein Buch, in dem du über verschiedene Personen und Gruppierungen schreibst, Personen, Zusammenhänge, die mit den kommunistischen Debatten im 20. Jahrhundert zusammenhängen, größtenteils sind es Figuren, die vergessen sind, die eher als Dissidenten gelten, Richard Müller kommt davor, Viktor Serge, Austro-Marxismus, Peter Brückner, die neue Linke und eben auch Karl Liebknecht. Dein Text über Liebknecht, der ist ja ursprünglich vor elf Jahren erschienen, nämlich im Jahr 2009. Damals hast du auf eine Biografie, auf eine damals neue Biografie über Karl Liebknecht reagiert und hast diese Biografie besprochen. Wo kam denn dein ursprüngliches Interesse her, dich mit Karl Liebknecht zu beschäftigen, sich ihm anzunähern? Das ursprüngliche Interesse ist sicherlich ein allgemeines einfach, dass ich mich immer für diese linke Geschichte und auch nicht zuletzt für ihre Protagonisten interessiert habe. Und natürlich, wenn man damals groß geworden ist am Rande von Wissenschaft und Politik und als Linker, dann interessiert man sich zwangsläufig natürlich für die großen Namen von Rosa Luxemburg und eben auch Karl Liebknecht. Und das hat mich natürlich dann auch genauer interessiert, als damals das große Buch von der Anneliese Laschet erschien. Und ich hatte vorher schon einiges gelesen und dann habe ich mich nochmal richtig reingefuchst und habe mir gedacht, genauso wie du das gesagt hast, Liebknecht fällt immer ein bisschen hinten rüber neben der Luxemburg. Warum ist das eigentlich so? Was ist das für einer gewesen? Also einfach das Interesse an dieser Person selbst und auch zu gucken, ob das mehr ist als würde das Interesse an der Person. Das hat mich damals natürlich besonders gereizt. Nun, wenn wir auch zusammen einen Blick werfen auf das Leben von Karl Liebknecht, der ist ja im Jahr 1871 in Leipzig geboren, also auch in der Nähe von uns hier in Halle. Und was zunächst auffällt in diesem Leben und in diesem Aufwachsen ist ja, dass er Sohn von einem sozialdemokratischen Prominenten gewesen ist, nämlich von Wilhelm Liebknecht. Was kannst du denn über die Familie Liebknecht sagen? In was für Verhältnissen ist Karl aufgewachsen? Karl Liebknecht ist in Verhältnissen aufgewachsen, die wir heute eigentlich kennzeichnen würden im Sinne einer klassisch bürgerlich-humanistischen Bildung eben seiner Zeit, der damaligen Zeit des Wilhelminismus mit der ganzen typischen Liebe für Kunst, Musik und Natur eben sehr stark, eben auch diese frühbürgerliche Kultur und Kunst. Er ist eigentlich ein Kind dessen, was man heute das Bildungsbürgertum nennt, mit zwei Besonderheiten. Eben, das eine hast du schon genannt, das ist die Tatsache, dass er eben Sohn von Wilhelm Liebknecht gewesen ist. Und Wilhelm Liebknecht war neben August Bebel der Gründer der Sozialdemokratie, also ein sehr exponierter politischer Vertreter eines damals sich so nennenden proletarischen Sozialismus. Und da hat man schon die Spannung dieses frühbürgerlichen, radikalen, humanistischen Bildungsbürgertums, der aber eben in der damaligen Zeit proletarisch gewendet wurde, weil man es mit einer sehr offenen klassengesellschaftlichen Situation zu tun hatte im Wilhelminismus. Und das ist sozusagen in meinen Augen ein starker Punkt. Und so ist er eigentlich sehr stark, er hat sich mit 30 ja auch schon promoviert, hat am Anfang gar nicht sich groß politisch engagiert und ist dann eben erst nach dem Tode seines allmächtigen Vaters unmittelbar in die Politik gegangen, sofort als Parlamentsabgeordneter, weil er nun mal diesen Namen auch hatte. Und weil man dann auch gemerkt hat, er hatte offensichtlich auch vorher schon politische Leidenschaften. Also in dieser Situation, der besonderen Situation des Bildungsbürgertums, aber unter wilhelminischen, also deutschen Kaiserreichsverhältnissen, ist er eigentlich groß geworden. In einem ganz bestimmten Milieu, was man nicht unbedingt jetzt proletarisch oder kleine Leute nennt. Aber er hat sich dann eben diesem Milieu zugewandt aus politischem Impetus. Du hast jetzt schon zwei Aspekte genannt, sozusagen des jungen Liebknecht. Nämlich zum einen, dass er ja sozusagen eine Ausbildung als Anwalt gemacht hat, also beziehungsweise hat er ja Rechtswissenschaften studiert und Verwaltungswissenschaften. Das hieß damals noch anders, gibt es so ganz altmodische Begriffe. Hat als Anwalt ja auch schon arme Leute vertreten. Und dann eben auch der Eintritt ins bewusste politische Leben von Karl Liebknecht. Und dann eben sozusagen auch als Abgeordneter der SPD. Ein wichtiger Aspekt in dem, was Karl Liebknecht als SPD-Abgeordneter immer wieder anspricht und ganz lautstark sozusagen hörbar macht, ist ja der Antimilitarismus. Also der Protest gegen den Militarismus des Kaiserreiches. Da ist ja interessant, dass Karl Liebknecht eben schon vor dem Ersten Weltkrieg und bevor es eben auch zu dieser Geschichte mit den Kriegskrediten dann kommt, dass er eine Tendenz zum Krieg vorausgesehen hat und so einen scharfen analytischen Blick auf die Außenpolitik des Kaiserreichs entwickelt hat. Was kannst du denn dazu sagen? Also was für eine Stoßrichtung, was für einen Inhalt hatte denn dieser Liebknechtsche Antimilitarismus? Diese Form von Antimilitarismus, die der Liebknecht und auch andere damals gepflegt haben, ein sehr jugendbewegter Antimilitarismus, war aber nicht das, wie wir es heute meistens kennen, sozusagen aus rein pazifistischen Neigungen genährt, sondern das Besondere war, und da ist er eben Kind seiner Zeit, es war ein Antimilitarismus, der sich gezielt gegen diesen wilhelminischen Militarismus gewandt hat, weil eben dieses deutsche Kaiserreich hatte ja noch sehr stark militärfeudalistische Züge. Das war also ein Kampf gegen die Gesellschaftsordnung, die so stark auf Militarismus, auf Autoritäten, auf Patriarchat setzte und hier war er einfach als Abgeordneter, kam er relativ schnell in eine Rolle, wo er die Machenschaften eben der Rüstungsindustrie untersucht hat und das ist als Träger dieses Militarismus eben und da hat er sehr schnell erkannt, wie das dieses Militärische eben die Gesellschaft auch prägt, zum Nachteil im anti-emanzipativen Sinne, im Sinne einer kriegerischen, einer patriarchalen, einer brutalen Gesellschaft und aus diesem Impetus heraus hat er seine antimilitaristische Arbeit, die letztendlich auch eine Arbeit war, wie man es heute vielleicht nennen würde, gegen den militärisch-industriell aufkommenden Komplex sozusagen, aber das war die Motivation und da hat er dann eben sehr stark in der Tat schon früh gearbeitet, als quasi Kampf gegen die innenpolitischen Verhältnisse in diesem Kaiserreich. Das war der Ausgangspunkt seines Antimilitarismus. Ich fand es in der Auseinandersetzung mit Liebknecht sehr interessant zu entdecken, dass er in dem Zusammenhang ja auch einer der Ersten ist, die auf den Völkermord an den Herrero und Nama hinweisen und er hat eben seine sozialdemokratischen Genossen dazu aufgefordert, das eben tatsächlich auch als solches zu verurteilen. Das fand ich interessant, dass es da eben auch schon auftaucht. In dieser antimilitaristischen Auseinandersetzung wird ja dann eben tatsächlich bedeuten, dass es dann zum Krieg kommt im Jahr 1914. Das Deutsche Kaiserreich beginnt den Ersten Weltkrieg und es kommt am 4. August im Reichstag zur Abstimmung über die Kriegskredite, die notwendig waren, damit das Kaiserreich in den Krieg gehen kann. Die Mehrheit der damaligen SPD-Führung hat entgegen vorheriger Äußerungen ja die Zustimmung der SPD-Fraktion zu diesen Kriegskrediten innerhalb der SPD durchgesetzt. Karl Liebknecht ist eine von zwei Personen, die sich dieser Zustimmung widersetzt haben. Du schreibst in deinem Text über Liebknecht, dass allerdings auch Liebknecht lange gebraucht hat, um sich da der Parteidisziplin zu widersetzen. Wie kam es denn dazu und was hat diese Widersetzung von Liebknecht dann für eine Bedeutung gehabt? Da muss man glaube ich nochmal einen Punkt nachholen, der neben seinem Antimilitarismus stand. Dieser jugendbewegte Antimilitarismus hat ihn vor dem Krieg schon sehr stark in internationale Zusammenhänge gebracht, in internationalistische Arbeit. Er hat mit westeuropäischen Sozialisten zusammengearbeitet, aber auch mit osteuropäischen, vor allen Dingen mit russischen. Das heißt, er war schon sehr früh ein internationalistisch Gesinnter, der eben gesagt hat, man kann diesen Krieg von Ländern gegeneinander eigentlich nur in einer Form von internationalen Solidarität mit Internationalismus bekämpfen. Und da steckt natürlich auch ein politisches Programm dahinter. Und insofern war er da sehr sensibilisiert und hat natürlich gemerkt, 1914, was für eine katastrophale, subjektive Konsequenz diese Zustimmung der Kriegskredite der Sozialdemokratie war. Weil eben nun alle internationalen Sozialisten vollkommen vom Glauben abgefallen sind über die deutsche Sozialdemokratie und die deutsche Sozialdemokratie haben fallen lassen. Und das hat er sehr gut verstanden. Das hat er sehr gut verstanden und hat das als ein großes Problem verstanden, weil eben man damit auch international isoliert ist. Und da kam er dann an einen bestimmten Punkt, nachdem er nun lange dieser klassischen sozialdemokratischen Parteidisziplin unterworfen war oder sich hat auch unterwerfen lassen. Das ist ja eine Tradition. Wir verbinden diese Tradition von monolithischer Parteidisziplin heute mit der kommunistischen Tradition. Aber die kommt ja ursprünglich aus der klassischen Sozialdemokratie. Und insofern ist auch Liebknecht da reingeboren und großgewachsen worden. Und er brauchte einfach eine gewisse Zeit, das war dann eben ein halbes Jahr oder ein bisschen mehr, bis er verstanden hat, dass es historische Situationen gibt, wo man eben diese Fraktionsdisziplin auch aufbrechen muss und sagen muss, nein, es gibt auch eine andere Position zu diesem Krieg. Und das hat er natürlich auf der einen Seite innenpolitisch gesehen, also für nötig erachtet, aber eben auf der anderen Seite auch außenpolitisch, um seinen internationalistischen Genossen zu zeigen, nein, es gibt auch in Deutschland, in dieser Partei, die dem Krieg zugestimmt hat, gibt es nennenswerte Leute, die dagegen sind. Und mit denen muss man zusammenarbeiten. Also insofern ist hier auch so ein Doppelaspekt. Natürlich auf der einen Seite die Ablehnung des Krieges, auf der anderen Seite eben auch dann die internationalistische Konsequenz daraus. Und er hat einfach, wie alle anderen, lange gebraucht, um sich aus dieser Disziplin, dieser traditionellen Parteidisziplin rauszuwinden. Aber da war er dann wirklich der Erste, der das mit Werbe gemacht hat. Und das ist natürlich die große Bedeutung von ihm. Also damit hat er sich letztendlich unsterblich gemacht. Er hat das sicherlich so nicht gewollt. Aber er ist insofern ein erster Vertreter einer sehr symbolischen Politik in der Hinsicht. Aber das war eben ein Symbol mit Konsequenzen. Er musste dafür sehr leiden, für dieses Nein. Aber das ist eben natürlich der Punkt gewesen, was ihn zu einer Marke gemacht hat, was ihn zu einer Symbolfigur gemacht hat. Durch diese Verweigerung, den Kriegskrediten zuzustimmen, ist er schlagartig zu einem Prominenten geworden und sozusagen zu einer Symbolfigur für den Antimilitarismus. Und er ist ja auch sozusagen dann zu einem wichtigen Bezugspunkt geworden für die November-Revolution. Interessanterweise, du hast es schon angesprochen, passiert das ja, während Karl Liebknecht immer noch im Gefängnis sitzt. Also er ist 1916 wegen einer antimilitaristischen Rede, wegen Hochverrats festgenommen worden und kommt dann auch trotz großer Solidaritätsstreiks, die es auch für ihn dann gibt, kommt er erst im Zuge der November-Revolution dann wieder frei. Bevor wir auf diese Revolutionsereignisse zu sprechen kommen, würde ich gerne einen Blick auf das Denken von Karl Liebknecht werfen. In deinem Text taucht so ein Stichwort auf von einer spezifischen sozialistischen Sozialphilosophie, die Liebknecht entwickelt hat. Was kannst du denn dazu sagen? Also wie lässt sich sowas zusammenfassen? Was macht vielleicht Liebknecht auch als Theoretiker aus? Auch hier ist entscheidend, dass man den historischen Kontext sieht und versteht. Und dieser historische Kontext war, dass Karl Liebknecht in einer Zeit groß geworden ist, auch theoretisch betrachtet, die wir heute unter dem Begriff des Marxismus der Zweiten Internationale fassen. Also die große klassische Zeit der sozialdemokratischen, sozialdemokratischen, sozialistischen Arbeiterbewegung. Und in dieser Zeit hat diese Arbeiterbewegung eine recht spezifische Sozialphilosophie gehabt, die eine innere Widersprüchlichkeit hatte. Auf der einen Seite war man sehr stark naturgesetzlich und mechanistisch sozusagen orientiert. Also das große Denken eines Karl Krautskis von dem naturgesetzlichen Gang der Dinge. Das ist diese ganz starke Tradition des gesellschaftspolitischen Denkens. Wir sind die Erben der Geschichte und zwar zwangsläufig, mit einer gewissen Zwangsläufigkeit. Das ist das eine, wogegen sich dann später natürlich auch viele gewendet haben. Auf der anderen Seite steckt da eben immer auch gleichzeitig sozusagen das andere Extrem mit drin. Eigentlich die andere Seite, nämlich auszubrechen aus diesen naturgesetzlichen Verhältnissen. Und da also Politik auch zu verstehen als Wille, als Tatphilosophie. Und das nennt man halt in der politischen Philosophie den Voluntarismus. Und das Spezifische nun von Liebknecht in meinen Augen ist, dass er diese beiden Stränge auf relativ originelle Art und Weise verbindet. Nicht wirklich ausgetragen, auch nicht wirklich versöhnt. Also man findet beides bei ihm. Aber man findet eben besonders eben diesen voluntaristischen Aspekt. Und der greift natürlich vor. Das ist das, was in den 20er, 30er Jahren dann theoretisiert wird. Also zu sagen, auch die Aktion von Individuen und kleinen Gruppen, auch das Bewusstsein von Individuen, von kleinen Gruppen, kann eine politisch entscheidende Rolle in historischen Verhältnissen spielen. Und das versucht er schon vor dem Ersten Weltkrieg, aber dann während des Ersten Weltkriegs vor allen Dingen, solche Fragen, wie wir sie heute nennen würden, des subjektiven Faktors, versucht er schon in seiner Gefängniszeit so zu reflektieren. Er hat das nie ausformuliert. Er hat das nie sozusagen spruchreif gemacht. Das sind Fragmente. Aber es ist sehr deutlich, dass man hier eben einen anderen Liebknecht sieht. Einen sehr voluntaristischen Liebknecht, den man sehr stark dann in den Diskussionen auch wiederfinden kann. Jetzt inhaltlich, nicht formal. In den 20er, 30er Jahren. Also insofern greift er auch vor. Aber dieses Mischverhältnis, diese Widersprüchlichkeit, das ist gerade das, denke ich, was seine Sozialphilosophie ausmacht und auch so spannend macht. Es gibt einen Satz von Liebknecht, den er im Gefängnis geschrieben hat, der lautet, andere mögen ihr nur nicht zu viel, nur nicht zu früh plärren. Wir werden bei unserem nur nicht zu wenig, nur nicht zu spät beharren. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Beispielsatz auch dafür, was du eben jetzt angesprochen hast mit dem Voluntarismus von Karl Liebknecht. Es gibt auch sehr poetische Schriften, wo er sozusagen das Glück als sozusagen das oberste Ziel auch in einer sozialistischen Revolution zum Beispiel preist. Genau, also Feuer und Flamme für die Revolution. So kann man es vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht können wir schauen, was das dann eben auch konkret bedeutet, nachdem dann Liebknecht wieder aus dem Knast gekommen ist durch die November-Revolution. Mit dem Namen Liebknecht und Luxemburg ist ja dann auch ein Ereignis verbunden, das im Januar 1919 sich in Berlin ereignet und das als Spartakus-Aufstand bezeichnet wird. Welche Rolle hat denn Liebknecht bei diesem Aufstand in Berlin im Januar 1919 gespielt? An der Oberfläche formal gesehen hat er eine zentrale Rolle gespielt. Er war der Kopf der Revolution. Also wenn man über deutsche Revolutionäre damals in der Presse berichtete und redete, war es vor allen Dingen Liebknecht. Luxemburg sogar noch weniger. Auch, aber vor allen Dingen Liebknecht, weil er diese exponierte symbolische Rolle schon vorher bekommen hatte durch seine Taten im Weltkrieg. Das heißt, er war an sich das Gesicht dieser Revolution und er spielte auch insofern eine Rolle in diesem Aufstand. Aber man weiß eigentlich schon länger, aber zunehmend auch im Bewusstsein, dass er faktisch nicht eine so zentrale Rolle gespielt hat, weil diejenigen, die diese aufstandsähnlichen Aktionen gemacht haben, zwar auf ihn gehört haben, aber eigentlich an etwas andere Leute waren. Das heißt, er hat eigentlich sein Gesicht auch ein Stück weit hergegeben für diese Aktion, weil er eben, und da ist eben der Zusammenhang auch zu dieser Sozialphilosophie, weil er gesehen hat, hier müssen, wir müssen Flagge zeigen. Ich auch persönlich als Karl Liebknecht muss präsent sein und Flagge zeigen, um mit Aktionen, die mir nicht hundertprozentig richtig erscheinen, trotzdem auch Fakten zu setzen, auch den Revolutionsprozess weiter zu treiben. Und insofern hat er sich sozusagen, ganz modernerweise, hat er seine Warenmarke in den Dienst dieses Aufstandes gestellt. Und das ist schon natürlich, hat diesen Zusammenhang mit dem, wie er vorher sich entwickelt hat, aber spielt eben dann auch da rein, dass er auch durch diesen Aufstand nochmal diese Rolle bekommen hat, zusammen mit der Luxemburg, als die beiden zentralen Gegner, als sozusagen Lenin und Trotzki der deutschen Revolution. Also er hat sich damit natürlich mehr als angreifbar gemacht, er hat sich damit zur Zielscheibe gemacht, aller reaktionären Kräfte und aller militaristischen und konterrevolutionären Kräfte. Das ist natürlich dann die Ursache seiner Ermordung gewesen. Genau, wir wissen, dass Karl Liebknecht im Zuge der Niederschlagung des Spartakusaufstandes von Freikorpssoldaten ermordet worden ist. Hier im Morgenmagazin wollen wir gleich auch noch zusammen mit Klaus Gietinger genauer auf die Umstände der Ermordung von Liebknecht und Luxemburg blicken. Christoph, dich würde ich abschließend gerne fragen, was bleibt denn deines Erachtens vom Denken Liebknechts und von der liebknechtschen Haltung? Du hast ja schon darüber gesprochen, was du auch spannend findest an diesem Denken. Was würdest du sagen, was hat denn davon für unsere Gegenwart überdauert? Also faktisch überdauert, interessanterweise, hat diese Form von Non-Konformismus für die er steht. Also viele seiner Biografen oder derjenigen, die über ihn schreiben, loben diesen Non-Konformismus. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil der Non-Konformismus ist natürlich heute etwas anderes, als er vor 100 Jahren gewesen ist und hat auch ein bisschen seinen Pferdefuß bereits gezeigt. Also er wird dafür geschätzt, aber man kann sicherlich darüber diskutieren. Es gibt bestimmte andere Aspekte, natürlich, die vergleichbar sind. Seine programmatische, also jetzt programmatisch verstandene Unversöhnlichkeit eben, sich hinzustellen und auch mal Nein zu sagen. Das ist natürlich in einer Gesellschaft wie der unseren, die sozusagen vom Ja-Aber lebt, ist, dass dieses rabiate Nein hat natürlich einen großen Reiz und eine Aktualität. Dafür wird er natürlich auch gerade von eher jüngeren Leuten oder eher radikaleren Leuten sehr geschätzt. Ansonsten ist es natürlich, muss man es ein bisschen genauer gucken. Also du hast ganz am Anfang auch erwähnt, dass er als Anwalt der kleinen Leute galt. Das ist natürlich schon, diese Haltung, die darin steht, seine Berufsfähigkeiten und seine anderen Fähigkeiten in den Dienst der einfachen Leute, der sogenannten einfachen Leute der Arbeiterschaft und eben auch der politischen Opposition zu stellen. Das ist natürlich etwas, was als Haltung überdauert hat. Auch sein Antimilitarismus finde ich heute deutlich aktueller als früher noch, als man sehr stark vom Pazifismus geprägt war. Pazifist war er ja nicht, aber trotzdem noch mal zu verstehen, dass Militär eben nicht nur eine prinzipielle Frage ist, sondern eben eine, die die Gesellschaft durchdringt und dass man die, auch das antimilitaristische Kampf, ein Kampf gegen autoritäre Tendenzen in der Gesellschaft ist und gegen monopolkapitalistische, sozusagen militärisch-industrielle Aspekte, das sind natürlich unglaublich aktuelle Aspekte bei ihm, die sicherlich bruchlos auch in die Gegenwart verweisen. Aber es ist eben schon spannend eigentlich, dass er überwiegend letztendlich doch auch heute noch als Figur, als Name, als Protagonist dieser Revolution wahrgenommen wird und dass man sich wenig auseinandersetzt mit dem, was er wirklich geschrieben und gedacht hat. Also insofern denke ich, da ist auch noch einiges zu erobern oder zu entdecken an Diebknecht und ich finde das schon deswegen auch spannend, weil er eben diese Widersprüchlichkeit hat, die man eben nicht nur einfach der klassischen Zeit zuordnen kann, sondern er verweist eben auf spätere Entwicklungen und das ist natürlich schon sehr interessant. Und 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 Vielen Dank.